Das Gestüt Karlshof wird in diesem Jahr in Deutschland der Champion der Züchter. Längst ist Karlshofer Blut auch international begehrt und anerkannt. Bei der Arcana Vente de Tom wurde ein Dr. Dino Jährlingshengst aus der vom Gestüt Karlshof gezogenen Samumstute Jane für 265.000 Euro zugeschlagen. Bei den Auslandsstarts deutscher Galopper sitzen oft französische Jockeys im Sattel. Bei diesen Auslandsstarts steht Augustin Madame mit 15 Siegen an der Spitze. Borjan Muzabaljev und Hugo Bézigné rangieren auf den Plätzen 2 und 3 mit 14 Siegen. Sibylle Vaud konnte 12 deutsche Siege im Ausland verbuchen und René Pichelec 10. Sichtlich bewegt hat Lutz Mäder am Mittwoch sein Buch Mein Ritt durchs Leben erstmals in den Händen gehabt. Sportwelt-Chefredakteur Patrick Bücheler hat mit Mäder und Co-Autor Peter Brauer bei dieser Gelegenheit ein ausführliches Interview geführt. Zu sehen ist es auf Sportwelt TV.